Bei mir ist Jarl Mayer, die sehr erfolgreich der älteren Unternehmergeneration, die jüngere Angestellten-Generation, die Gen Z, erklärt und die gerade einen tollen Vortrag gehalten hat, an dem ich viel Freude hatte. Woran hatten Sie heute Freude bei den Wartel Mittelstand Future Days? Gab es eine Begegnung, gab es einen Vortrag, den Sie besonders gerne mit nach Hause nehmen? Also ich hatte heute bereits super viele spannende und inspirierende Gespräche, besonders auch mit Frauen, die schon sehr lange in der Branche tätig sind. Und da nehme ich immer sehr viel mit, weil ich lerne unglaublich viel von Erfahrung. Also ein erfolgreicher Networking-Event für Sie mit interessanten Gesprächen. Und ich habe es auch gesehen mit getauschten Visitenkarten, auch dafür ist ja so ein Event da. Gibt es das, worauf Sie sich noch freuen im Laufe des Tages? Wir sind ja fast durch mit dem Programm. Ich freue mich jetzt bald auf die Markengala am Abend. Ich habe mein Hotel direkt um die Ecke und ziehe mich noch kurz um. Und da freue ich mich auf den gesamten Anlass. Wunderbar, dann drücke ich beide Daumen beim Markenquiz, das ist ja legendär. Und man darf gespannt sein, vielleicht gewinnen wir ja was. Da mache ich mit Gabi zusammen mit. Ich glaube, da haben wir gute Chancen. Das glaube ich auch. Das wird, wie ich gerade gehört habe, der Tisch, an dem man Spaß hat. Insofern kann ja nichts schief gehen. Vielen Dank. Wasser und danke vielmals. Danke. Danke.